So, moin, jetzt kommt es zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Remix, Kingdom Hearts 2 Final Mix, yo! Den letzten Part haben wir mit Atlantica angefangen, wir haben drei Lieder schon gespielt, wir haben erfahren, dass Ariel sich an Menschen verliebt hat, dass sie wieder verrückt nach der Menschenwelt ist und dass wir helfen müssen und dass ich keinen Bock auf diese Welt habe, das habe ich schon erwähnt, glaube ich. So, ja, viertes Kapitel, wir brauchen Magnera und ja, ich habe mir übrigens schon unter dem Meer gesungen, das habt ihr leider verpasst, wer es verpasst hat, den letzten Part anschauen. Yeah, unter dem Meer, yeah, Freude, Freude, ich platze mir gleich der Arsch, ey. So, weiter geht's. Sura, du siehst zuverlässig aus, denkst du, du kannst mir beim Anhänger helfen? Ja, kann ich bestimmt. So, viertes Lied. Ich hasse es. Ich glaube, fünf Lieder kommen, also je nachdem noch eins und dann ist Schluss, glaube ich. So, Kapitel 4, Ursulas Rache. Das ist großartig, Sura. Ich weiß, dass er es glücklich ist, dass er das wieder zurückkommt. Und wer ist das, er? Dad! Ariel, du weißt, wie gefährlich sind die Menschen. Du weißt, ihn nicht! Oh, Dad, du sagst mir, dass du nicht glaubst, die Menschen, aber sie nicht alle sind so schlecht, wie du sagst. Und ich... Und ich... Ich werde es dir zeigen. So, helfe mir, Ariel. Ich werde dich durchführen. Und wenn es das nur die Weg ist, so verrückt... Ja, sag ich doch. Es verstört wieder alles. War klar. Das war so klar. Der Aldi dreht wie am Rad, ey. Ariel, du armes Kind. Warum lebt die noch? Du bist Ursula, die Seehexe. Hat mein Vater dich nicht verbannt? So ist es, mein Seeherzchen. Aber wie könnte ich wegbleiben? Nachdem ich gehört habe, wie sehr du leidest. Was braucht es, ist der Ratschlag einer Frau. Naja, siehst nicht aus wie eine Frau. Was, wenn ich all deine Träume wahr werden lassen könnte? Mein Vater würde das niemals zulassen. Oh, naja. Ja, das kann keine Liebe sein, wenn du die Sache so leicht aufgibst. Könntest du mir wirklich helfen? Aber wie? Das Problem ist einfach gelöst. Du musst auch ein Mensch werden. Ein Mensch und du kannst mir helfen? Mein liebes süßes Kindchen. Das ist mein Beruf. Wie schrecklich, Fabius. Das müssen wir dem König berichten. Geht klar. Dann ist es abgemacht. Ich verwandle dich hier und jetzt in einen Menschen. Alles, was du tun musst, ist einen kleinen Vertrag unterschreiben. Ein Vertrag? Ganz genau, Zuckerstück. Deine Gegenleistung ist mehr als eine Geste. Ein Lappalie. Was ich von dir will, ist deine Stimme. Meine Stimme? Fast hätte ich es vergessen. Ich kann dich nur für drei Tage in einen Menschen verwandeln. Bevor die Sonne am dritten Tag untergeht, musst du es geschafft haben, dass die Prinz Herrplas in dich verliebt hat. Das heißt, er muss dich küssen. Wenn nicht, verwandelst du dich zurück in deine Meerjungfrau. Und? Du gehörst dann mir. Vielleicht findest du meine Bedingungen ein wenig hart. Aber hier bist du König Tritons üpptes kleines Prinzesschen. Von ganz Atlantika verehrt. Du hast praktisch die Garantie auf ein Leben im Glück. Bist du sicher, dass du es nicht auf deinen Vater hören willst? Du musst dafür nur deine wahre Liebe aufgeben. Na komm, Zuckerstück. Das ist deine letzte Gelegenheit. Aber mir liegt natürlich nichts veränder, als dich zu irgendwas zu drängen. Hör nicht auf sie, Ariel. Ja. Ja. We have a deal. Here you go. Ariel, don't! Sora, bitte! Du musst du stoppen! Wait! Wait! Oh! Ah! Oh, no! She can't breathe like that! Ah! 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 Are you the girl? Please wake up! Ah! Easy there! What's wrong? You can't speak? Oh! Well, where did you come from? Ah! That's... My pendant! I-I can't believe you found it! Thank you! Thank you! Please! Come with me! I wanna help you! I wanna help you! Oh, man, ey! Sieht aus, als würde alles ganz gut laufen! Schon, aber sollten wir Trito und König Trito davon berichten? Auf keinen Fall! Es würde ihm das Herz brechen, wenn er das herausfinden würde! Was sollen wir denn tun? Wir werden schön hier bleiben und ein Auge auf Ariel haben! Das ist alles, was wir tun können! Ich schätze mehr können wir auch nicht machen! So! Weiter geht's! Ich sollte nachsehen, wie es Ariel geht! Ja, gehen wir! Also, wir werden den Part auf jeden Fall die Welt abschließen erst mal! Also, wenn wir hier umobachten, sie? Hast du denn eine bessere Idee? Wir könnten diese Hexe dazu überreden, ihre Stimme wiederzugeben! Ha! Sie wird euch überhaupt nicht mit euch abgeben! Hey, man weiß nie, bevor man es nicht versucht hat! Hm, vielleicht hast du recht! Es ist zumindest besser, als das Scherchen zu drehen! Ich kann mich darauf verlassen, dass ihr euch um Ursula kümmert! Aber natürlich! Das ist so eine so unnötige Welt, ey! Wir gehen! Wir gehen! Ich bin ein Problem! Wir gehen! Wir gehen! Wenn King Triton rauskommt, wir sind in der heiße Wasser. Especially, weil wir es ein secret haben. Was ist Ursula? Sie hat sich nicht geschehen. Wie ist Ariel? Sie hat nur bis zum Sonntag morgen, richtig? Hey, look! Oh! Ich kann nicht sehen! Whoa! They're okay! Man, they were so close. Well, I think we ought to get back to looking for Ursula. Yeah, good idea. No sign of Ursula anywhere. I wonder where that sea witch could have gone. Awe! Ariel's been crying for a long time. What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run? Hey, what's up with the prince? Look, there! Just you and me. And I could be... It's Ursula! She must have turned herself into that girl! Okay, that's it. What? What happened? Erich! Du... Du kannst sprechen. Du bist die Frau, die mit mir singt. Oh, Erich. Ich wollte dich erzählen. Natürlich. Du bist die Frau. Du bist die Frau, die mir in der Wurruhe hat. Oh, Erich. Entschuldigung, ich habe es nicht herausgefunden. Du bist die Frau, die ich liebe. Erich. Nicht so schnell! Siehst du, was ich sehe? Du bist zu late. Nein! Ariel! Hammer, ey! Kranke, alte, schwarze, ey! Stop! Ah! Entschuldigung! 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 Triton's precious little daughter signed a contract. Now, dearie, Let's see how beautiful you are when I'm through with you. That contract's no good. Let her go! Excuse me. Now, now, even the great King Triton can't go round breaking binding contracts. Why, it just wouldn't do, would it? Now, if you'll excuse me, I have some loose ends to tire. Wait, Ursula, you win. Just promise, you'll let my daughter go. But we had a deal, unless, of course, you're offering to take her place. I'm afraid I have no choice. Your Majesty! Ha 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 ha! At last! Daddy! Ha! Who's the mighty ruler of the seas now? You... You monster! Let him go! Ha! Eric! How dare you! Pitiful, insignificant human! Hey! That's enough! Ha ha! No, you won't bow to me! Ich glaube, jetzt geht das los, ey! So, besiege Ursula eine musikalische Herausforderung! Okay, wir müssen die X aufdrücken, gell? Ja, toll! Ich muss wieder still sein! the$%& This witch is back to bring her rack upon the sea Triton can't be rid of me, not that easily And like all who dare defy me, he will learn his lesson well. Never toy with a girl like me. You got what you deserved. Blonde some! And get some! Boy, oh darling, so nice to tide. Sweet as poopsies hasten to my side right now. Mommy, we need to touch our stupid fools. Make them whine! All right! What a feeble human, no, I can't believe my eyes. Such a stubborn royal who is fighting for his prize. Without your precious mermaid, now you're crazy with revenge. I suppose I sympathize. I'm not gonna lose her! Right. We'll lose you all the way. Blonde some! And get some! Boy, oh darling, strong as the tide. Sweet as poopsies hasten to my side right now. Mommy, we need to smash those stupid fools. Make them whine! Sorry, Mommy. Your poopsies are toast. This is not the end, my dears. I swear I've just begun. It's not over until our summer has won! Ja, ein komisches Lied, wenn man so bemerken darf. Sehr gestört. That's what you think! No! It's not possible! It's over, Ursula. That belongs to me! All right, then. You can have it! that belongs to me! No! 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 Oh, meine. You see, Eric? This is why I went to Ursula. This can't be. I would have told you sooner. To think. Eric, goodbye. I had all that time and I didn't work on my swimming. Well, I guess it's never too late to learn, right? Will you teach me? Oh, I'd love to. All right. So, mysteriöser Graben. Mit Sitzung Magiekraft durch den Schaden, der durch asserseierte Angriffe verursacht wird. Gibt es jetzt noch eine Episode mehr? Ich weiß es nicht. Prinzessin Eric ist ein starker Typ. Mutig obendrein. Ja, aber es ist ein Mensch. Oh nein, oh nein. Nicht schon wieder. Wie liefst du mit deinem Vater, Ariel? Super, danke für eure Hilfe. Ich muss los. Bis später. Hey, warte. Sebastian hätte beinahe, beinahe hätte ich vergessen. Könnte Triton das nächste Fest sei so wichtig, dass das Musical besser übertrifft, was du je gemacht hast. Aber das übertrifft, was ich je gemacht habe, hm. Sag schon, was ist denn los? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Was? Quack? Aber wie? Das hätte das Musical perfekt gemacht. Was denn? Hallo? Was? Ich brauche Informationen. Äh, ja. Keine Information ist auch nett. Schön. Aber krass, dass wir... Okay, war es bei Blitzka? Okay. Also es ist in der Tat noch eine Episode mehr. Okay. Dann machen wir die jetzt auch noch. Ist egal, wie lange dieser Part geht jetzt. Wir machen das in dem Part jetzt zu Ende, weil ich will das nicht noch länger rausziehen. Bevor wir das geschafft haben. Ich werde froh, wenn wir das geschafft haben. Mein Gott, ey. Aber vor allem, ich hätte auch nicht gedacht, dass überhaupt die Szenen so lange dauern, bis du überhaupt mal da hinkommst zu dem Spiel. Bis zu dem Kampf gegen Ursula. Oder was so ein Kampf war, das wäre im Prinzip ja gar nicht. Ihr seht mir bereit aus. Das ist unser Musical. Es wird perfekt. Wir sind bereit. Lasst es uns tun. Okay, los geht's. Und Kapitel 5. Alle meine Freunde. So, erzähl mir eine Punktzahl von 30.000 oder mehr. Bei dieser Herausforderung finden wir alle Leisten in Verwendung. Achte darauf, nicht auf die Tast drücken, wenn Sebastian in der Leiste erscheint. Okay, alle vier. Also Kreis, Viereck, X und Dreieck. Okay, los geht's. Okay, los geht's. This happiness inside, I owe to every one of you. How about you introduce us to these lovely friends of yours? Take a bow, Donald, Goofy, and Sora. God bless you, yes. It's your breakfast to you. You found your first love, and he found you too. We were glad to help you out, and very proud, it's true. Seeing how we met your precious, this merciless land, it's really fun. Wishes we can come true, if you want them to. And this happiness inside, I owe to every one of you. Be so kind to introduce the king and niece his loyal friends. Please say hello, Daddy, Sebastian, Walter. I'm so happy for you. Yes, happy endings are so rare and so few. We were glad to help, and very proud, it's true. Seeing how we met your precious, and we're not in. Any other friends of yours that might be waiting in the wings? Come say hello, all my friends from every corner of the world! A new day is dawning by the happy age of new beginning times. Come together, joy and peace of harmony. Fairy tales and miracles of what we're singing now. I've been Princess Harry, but I'm so happy and forever I've done. Full of joy and love. And we have them step in the way. And we have them step in the way. Man, it was bad, eh. But it was, but it was. We have it done. We have it done. Okay, schön. I have really geweint, eh. Schrecklich, ey. Und so mit ist die Welt abgeschlossen. Endlich! Mein Gott! Ich sag mal so, es hätte interessantere Welt werden können. Hätte man das mit dem Singen nicht gemacht. Hätte man das so gemacht wie in Kingdom Hearts 1 mit dem Kämpfen und so, hätte ich gesagt. Gut, okay. Ist ganz stylisch. War... Naja. Ich fand das Kingdom Hearts 1 schon nicht so toll. Gib ich zu. Aber hier ist es wirklich scheiße. Aber gut. So ist das halt, ne? So ist das halt. Dann muss man durch. Wie soll man gehen? Das ist Glückbar. Und ich werde es mache. Ich werde es nicht machen. Wir werden immer sagen, Glückbar. Das ist verdade. Ein, zwei, drei, vier... Wir haben wir nicht. Wir werden eine Einzelneiligung & Neest. Wir werden alle Zeit mit der Wand. Das bedeutet, wir werden wiederkommen und gehen. Wir werden nicht unterbrochen. Und zwar eine Einzelneiligung! Ich sage das auch nicht. Oh, nein. Und wir werden wieder zurückkwenden und sagen, Hello. Schrecklich. Wir gehen ja gerne mal, wenn wir auf die Weltkarte sind, kurz mal im Tagebuch nachschauen. Jo, eisgar. Und Orihalkum Plus. Und mal schauen, was wir noch mal machen müssen, wenn wir es noch mal machen. Und Gleichgesinnte. Da haben wir die Welt auch abgeschlossen. Schrecklich. Da fehlt uns jetzt nur noch der 100 Morgenwald. Das werden wir aber im nächsten Part noch machen. Das werden wir im nächsten Part mit anfangen, auf jeden Fall. Gut. Tagebuch. Kurz mal schauen. Atlantica. So. Aufgaben. Was sollen wir denn hier machen? Noch ein... Achso, wir... Okay, wir sollen es noch einmal nur machen. Nochmal, okay. Dann muss ich schauen, ob ich das mit euch machen. Auch mal, das wäre eigentlich Schwachsinn. Ich muss einfach nur nochmal spielen. Ähm, ja, nichts... Ich werde jetzt nicht so viel spoilern, was hier noch drin steht. Wir haben noch ein bisschen so zu tun, sage ich mal so viel. Gut, Leute. Ich werde den Part an dieser Stelle benden. Und im nächsten Part werden wir anfangen mit dem 100 Morgenwald. Denn bis nächstes Mal. Und... Ciao.